Willkommen zurück auf meinem Kanal. Testet Kimi Reykjönen für Sauber in Mexiko? Kimi Reykjönen war am Freitag in Hinwill, um eine Sitzanpassung beim Schweizer Team machen zu lassen. Es wird vermutet, dass der Finne nach dem Mexiko Grand Prix im November den Pirelli-Test im Sauber C37 machen wird, um sich mit dem Auto vertraut zu machen. So hat es Charles Leclerc im Ferrari auch gemacht, für die er nächstes Jahr fahren wird. Wo Force India das Geld investierte? Lauren Stroll und seine Gruppe haben Force India vor Wochen vor der Pleite gerettet. Nun hat das Team das Geld in die Entwicklung des Boliden gesteckt. Nach den starken Trainings und dem Qualifying in Singapur war bekannt, dass man Fortschritte machte. Statt eines großen Upgrades haben sie kleinere Details an Boliden verbessert. In der Beschreibung ist der Link zu den einzelnen Bildern. Giovinazzi fährt 2019 für Sauber. Heute Nachmittag ist bekannt geworden, dass Antonio Giovinazzi das zweite Cockpit neben Kimi Reykjönen bekommen wird. Der Italiener war letztes Jahr schon mal als Werlan-Ersatz in Australien und China im Einsatz. Außerdem bestritt er viele Freitagseinsätze für Sauber und Haas sowie Testfahrten für Ferrari. Der verstaubene Ferrari-Präsident Sergio Macchione wollte nicht nur, dass Leclerc bei Ferrari ein Cockpit bekommt, sondern auch, dass Giovinazzi jeweils sauber ein Cockpit erhält. Mit Giovinazzi kehrt 2019 endlich wieder ein italienischer Stammfahrer in die Formel 1 zurück. Die letzten italienischen Fahrer waren Vitantonio Liuzzi und Jano Trulli im Jahre 2011. Eriksson wird ab 2019 Ersatzfahrer und Markenbotschafter für das Schweizer Team. Neuer Unterboden bei Renault. Renault wird beim Russland-Gampree einen neuen Unterboden bringen. Im Kampf um Platz 4 in der Konstrukteurs-WM wollen sie weiterhin alles gegen die Gegner Haas und Force India geben. In Singapur hatten die Franzosen ebenfalls neue Teile am Boden installiert. Die Rede ist von neuen Bart-Sports und Seitenkässen. Der neue Unterboden ist die überarbeitete Version, der in Belgien zum Einsatz kam. Was sagt ihr zu den einzelnen Themen? Meinungen wie immer in die Kommentare. Das war's mit den Formel 1 News. Sollt es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!